Ein Baum für jedes neue Mitglied. Mit dieser Aktion engagiert sich die Sparda-Bank München für die Wälder in Oberbayern. 10.000 Eichen- und Hainbuchen pflanzt die Genossenschaftsbank in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und den Bayerischen Staatsforsten jetzt auch im Altöttinger Forst. Die ersten 500 Bäume wurden dabei im Rahmen eines großen Aktionstages in die Erde gesetzt. Über 200 Kinder, die sich an der Malaktion zum Weltspartag 2015 beteiligt hatten, sowie Neumitglieder aus der Region kamen hierzu nach Kastel bei Altötting. Also ich bin tief beeindruckt von dem Engagement der Sparda-Bank München und finde das ganz toll. Erstens Naturschutz und dann auch in Verbindung mit den Kindern. Ja toll, ich finde es super. Ich bin also schwer beeindruckt. Es hat auch ein Parcours gegeben. Genau. Und wie haben wir den gemacht? Die Mama hat es vorgelesen und ihr habt die Fragen beantwortet. Ganz allein, gell? Und wie viele waren es? Sieben. Und wisst ihr noch, wie das Lösungswort geheißen hat? Ja. Wie? Wald ist? Leben. Genau. Richtig. Und das stimmt auch. Die bayerischen Staatsforsten hatten die nahe des Bahnhofs von Kastel gelegene Fläche von einem Industriedienstleister erworben. Der angrenzende Wald war schon zuvor im Besitz des Freistaats. Durch die Aufforstung soll das gesamte Areal nun zukunftsfähig gemacht werden, wie Dr. Heinz Utschich erklärt. Die Fläche war eine Kohlebunkerfläche. Da wurde also Kohle gelagert auf Betonplatten und das wurde jetzt renaturiert. Und die beste Renaturierung ist natürlich, wenn dann der Boden aufgebracht ist, dass man den Wald draus macht. Ich finde das toll. Man merkt auch an der Begeisterung der Leute, dass diese Aktion ankommt. Und wenn man Bäume pflanzt, dann ist das nichts für einen Tag oder eine Woche, sondern das wirkt über Jahrzehnte. Und das ist ein schönes Beispiel für Nachhaltigkeit. Die Aktion Ein Baum für jedes neue Mitglied läuft bereits seit Januar 2015. Im vergangenen Jahr hatte die Sparda-Bank München unter anderem im Ebersberger Forst, gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und den Bayerischen Staatsforsten großflächig Eichen aufgeforstet. Vorstandsmitglied Ralf Müller freut sich über die gelungene Aktion. Also unsere Beweggründe, dass wir für jedes neue Mitglied am Baum pflanzen und auch für die Kinder, oder die am Mahlwettbewerb teilgenommen haben praktisch, die heute ja stark vertreten waren, ist, weil ohne Natur geht nichts weiter. Ich denke, unsere Natur ist enorm belastet und mal einfach unter dem Stichwort CO2-Ausstoß. Und Bäume sind halt eine Möglichkeit, hier entgegenzuwirken. Es wird damit CO2 gebunden. Es ist halt richtig schön zu sehen, wie die Kinder einfach begeistert sind, wenn sie die Bäume pflanzen. Und ich hoffe, viele kommen im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren wieder vorbei und schauen sich ihre Bäume an. Und ich hoffe, viele kommen im nächsten Jahr, in den nächsten Jahr.